Du bist der Olaf Olaf bekommt ne neue Regel, kein Regel Aber egal, das wird ein Kinderspiel Oh, äh, abgelenkt Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme Stimme? Was meinst du? Auf zu den Kippen! Ich fliege weg! Das Königreich ist sicher Finde heraus, wer dich antworten Geh nach Wald Durchquere den verzauberten Lauten Hinein ins Unbekannte Wir machen das gemeinsam, ja? Seid vorsichtig Die Geister werden euch Ruhe lassen Das ist normal Wer seid ihr? Hallo, ich bekleidung beklemmend Irgendjemand ruft uns Wer ist das? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen Und sie ist im See Versuch zu schreien Nadie hat eine verführerische Macht Ohne dich Verliert sie sich vielleicht darin Ich glaube fest an dich, Elsa Egal, was passiert Wenn jemand Arendell retten kann Dann Arendell Die Eiskönigin 2 Wie kommt ihr damit klar, dass die Alter unseres Denkens mit zunehmendem Komplexität immer höher wird? Och, nee, nee, nee Ablecken, du weißt nicht, wo ich gerade reingelatscht bin Wie kommt ihr mit? Dann geht's Wie kommt ihr mit? Wie kommt ihr mit? Das ist einiges